Erschte Eisenpickel leer Erschte Eisenpickel leer Lass mal ein bisschen rumtrollen Ich kann voll gut trollen Weil früher habe ich mal Videos gemacht Für den Minecraft Survival Mit Angeln und so weiter Das war so witzig Nochmal, was willst du? Die anderen trollen Verarschen Ja, jetzt nicht Jetzt bauen wir gerade noch was Du könntest helfen Anstatt von dass du oben Dich von Endermännern killen lässt Aber ich habe mein Ding Mein Teil verteidigt Ich mache mein Ding Die Endermänner greifen noch gar nicht an Die können auch nicht grieven Egal, ich würde auf jeden Fall Diese Aufnahmesession Noch ein bisschen die anderen verarschen Kannst du gerne machen Aber nicht auf Kostüm Kannst du gerne machen Aber solange wir nicht involviert werden Sind wir glücklich Wir sollten es halt eigentlich Alle zusammen machen Aber no, Sir Es ist hässlich, es ist Nils sagt am Anfang noch so Yo Wir sind Nachbarn, wir halten zusammen Dann komm mal hier runter und schwing dein Arsch hierher Yo, Digga, ich tue hier bei mir gerade bauen, also Und buddle hier mit uns Mach deine Hände dreckig Du Schwein Warum liegt hier Stroh? Mach deine Hände dreckig Nils, 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 nils Nils, warum liegt hier Stroh? Keine Ahnung, lass mir doch ein Ne, da fällt noch was mit der Maske Keine Ahnung Jaa, Kies Ich baue da gerade einfach straight irgendwie rein Weißt du, was das echt geil wäre? Tyraniden Der Tyraniden Wäre das irgendwie geil Stoon Ah ja, Nils, wenn du kannst, kannst du die Eier aus meinem Hühnerspawner einfach in den Trichter kippen Pack dir aus den Korb, mein Freund, keine Sorge Das Geile ist, es sieht aus wie ein schwarzer Korb, der Trichter, ne? Okay Der Eileiter, meinst du Ja, genau, der Eileiter Steht sogar ein Schild nebendran Ey, weißt du Das sind wirklich jetzt Tyraniden geil Die würden jetzt einfach hier alles wegfressen, fertig Tyraniden Fang ich jetzt demnächst an Ich baue gerade einen Zaubererturm, gell? Was? Ich baue einen Zaubererturm Ist das so ein Block, eine Einblockturm? Ja Ne, das ist so ein Kackstift Kackstift Warum war Tiberius nicht die ganze Zeit drin, ne? Weilbaum Ich dachte, er wäre die ganze Zeit da dabei Vielleicht müsste er da irgendwas machen Ah, du fängst Tieren zu bauen Nice Hm, was? Boi, boi, meins Zweite Picke kaputt Meine ist auch gleich kaputt, die zweite Wie viele hast du noch? Eine Aber ich hab noch Eisen, also könnten wir brennen Ja, ja Ich würde sagen Stein haben wir zum Ölfenbauen Haben wir ja hoffentlich genug, oder? Weiß ich nicht Können uns vielleicht aber auch, wenn wir Pech haben, ausgehen Müsste ich nochmal nachgucken, sicherheitshalber Nee, da bin ich jetzt zu faul Bau lieber noch weiter Öfen ab Aber ich hab kein Holz mehr Das beste ist ja das Lichtbugs Die immer wieder den Block einfach mal weiß machen Ja, das ist ja beim Shadern ganz normal Shadern Wuhu, ich bin Level 10 Elf Wuhu Ich bin voll besser Warte, 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 ich bin gleich elf Ist noch ganz viel Redstone Ich hab bei den Hühnern halt letztes mal ernsthaft irgendwie so von Level 10 auf Level 27 gelevelt, weil ich immer wieder da gegammelt hab Alex Durchfüttern und so Ja Wir haben bald keine, keine Samen mehr, ich hab die nämlich alle abgefarbt Warte, ich geh mal in die Bona für, Lona für Bona Warte, wie hast du die Lounge nochmal? Lona Lona with Bona Lounge, dann bring ich dir ein paar Samen Ich würde in den Fab Channel gehen Na, die Lona with Bona Lounge ist besser So Ich glaube, ich leg gleich irgendwas auf meine Maus drauf Penis Zum Beispiel Ich brauche einen Autoklicker Mann, ich bin sowas so langweilig Diamanten, hier sind Diamanten Was? Warte, nicht abbauen, nicht abbauen, ich hole die Picke, okay? Das sind meine Ich hole die Picke, okay? Ganz ehrlich, strip meinen ist doch kacke Wir strip meinen auch nicht Ich drück meinen, du Spacken Komm mal her Moment Sind das Diamanten? Ja, natürlich Nicht abbauen Na, das ist Eisen Nein Achso Die einen sind Diamanten, ich hole kurz die Ding Boah, was ist denn das für ein Penisloch da oben Weil, ähm, Nils, wir haben nämlich, äh, ne Glücksspitzhacke und, ähm, wir haben auch Berutsamkeitsspitzhacken schon Wir haben nämlich dieses geile Glück gehabt, dass wir letzte Aufnahme endlich ne Glücksspitzhacke, äh, dass ich endlich ne Glücksspitzhacke gekriebe mit, äh, Glück 3 Okay, nice Ich leg schon mal schön die Diamanten schön frei, dass wir schön abbauen können, ohne, äh, 3 Diamantenblöcke 4 Diamantenblöcke Alle warten nur auf das 5 Diamantenblöcke Leider nein Es sind wieder Null Jetzt sind es Null Aber dafür hab ich jetzt 4 Diamanten in meiner Hosentasche Hast du dir ernsthaft abgebaut? Nein 4 Stück, Alex 4 Stück So wie, so wie Skeptor gerade Pitch Black Laser So hätt ich dich gehauen Mit einem Stick Du weißt doch, wie ich das immer gern mach Oder Eisenblöcken Ey, ich buddel immer gern die Diamanten so aus, dass wir das hier schon komplett mit der Glücksspitzhacke abbauen könnten Ja, ja Ohne Probleme Ja, soll, ich komm nur mit der Glückspick, okay? Ja, reicht dicke aus, weil wenn ich, du mit mir arbeitest, dann hast du meistens immer so, dass ich's hinterher so ausbuddel, dass du hinterher perfekt die abbauen kannst, ohne dass man Probleme dabei hat Eben Sieht sogar ergonomisch gebaut aus Ich hab einen ergonomisch gebauten Gang Für Hände Für Diamanten Dann komm ich mal zurück Ähm, ich bring Holz mit, okay? Äh, ja, ich hab auch noch Holz Ja, ich bring noch ein wenig mit So, ja, neue Diaz Doch, so kann man, ich find's heftig wie Laser sofort alles bemängelt Ja So kann man nicht aufnehmen, meine Fretze PVP gehört dazu Ja, stimmt halt echt So kann man nicht aufnehmen, das ist voll so, der Hallo, ich bin alt Ja, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er letzte, letzte Aufnahme da, da gewesen wäre Dann hätten wir Der hat nur umgebitscht, der hat nur umgebitscht Dann hätten wir überhaupt nicht aufnehmen können Äh, Nils Du weißt schon, dass du gegen die nix ausrichten kannst Doch, ich will ein PVP was Gegen ein PVP Ding, gegen PVP Oh, da kam mehr raus 13 Diamanten Oh, aus 4, 13 13 Diamanten Alex, das war nice Äh Oh So Ja gut, dann, äh Teilen wir die auch gleich mal Da Ich hab nämlich schon zwei, deswegen kannst du die sieben haben Wieso hab ich das Gefühl, dass kleiner 3 wegen der Season irgendwie sich trennt Ach was, kein Stück Was? Ah, okay Das Spiel, wo die Freundschaften aufhören Ja, ne, man muss halt, man muss halt schon trennen können, zwischen Freundschaft und Liebe Okay, ich seh grad gar nix Weil's so dunkel ist? Nee, komm mal, wo ich bin! Oh, scheiße, Alter, ist es dunkel bei dir Bist im tiefen Arsch noch drin, ne? Bin ganz tief drinnen, in deinem Arsch Ich hoffe, wir finden noch ein paar Moment Hier ist Dreck DIAMANTEN! Ich bin schon auf dem Weg Ich bin schon auf dem Weg Weißt du, wir machen gleich noch Wartest, du wartest jetzt bis ich alles ausgebuddelt hab Dann kannst du, sag ich an Alles klar Du musst warten bis ich alles schön ordentlich ausgebuddelt hab Alles klar Dann baue ich hier schön weiter Ich stell dir mal einfach ein Crafting Table hin und ähm Einen Ofen Was? 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 Ich komm mal kurz und siehs mir an Mit Dramaten Alter Jungs, bringt mir ein, zwei mit Nein Ich baue mal ab, ne? Warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Ich baue ab Ne, am besten baue es so ab, dass ich sie nicht äh, einfange, weil sonst haben wir das Problem Ich hab 13 Böcke, wie viel hast du? 13 Diamanten, wie viel hast du? 12 Du hast 6 Stück abgekriegt, weil ich abgebaut hab Kommst du hoch? Wir müssen es eh wieder so zubauen, ne? Ja, ja, ja Warte, unten noch ne Fackel hinstellen, damit es da ausgibt Da ist ne Fackel, da ist ne Fackel Gut, ähm Nice Ja, hammergeil, weißt du Wir haben eigentlich schon die Diamanten geteilt Denn ich hab 7 gekriegt und du 6 Sehr schön geteilt Ja, vorher habe ich erst umgekehrt Okay, ich hab keine Diamanten mehr Ähm, falsch Eisenspicke Da liegt eine, da liegt eine, da liegt eine Oh, gut, danke, danke, danke Gut dann Ich will hier jetzt keine Dias verschwenden für ne Spitzhack Obwohl ich genug hätte Boah, Mann Julian hat Kalle gebannt Was? Äh, mein Server Nicht verlängern Ähm, ich muss kurz, ähm Boah, ey Serverkonsole Wie mit kleinen Mädchen Ja, fuck Falsch hingeschrieben Und Laser ist wieder die Person Die sagt Ja, dass ihr euch wieder letzte Sau benimmt Also man soll anmerken Ich hab nix gegen Laser Nur hin und wieder denk ich mir wirklich so Spaß kennt der nicht, oder? So, Spaß gehört eben sowas dazu Wenn es dir keinen Spaß macht Aber ihm Spaß macht Dann hat er immer noch Spaß Wer bannt, der wird selbst gebannt Wer ist damit? Nico, ich geh jetzt farmen, ne? Bei was? Achso Eisen? Braussichtlich Ja Hoffe ich doch Ja Willst du uns helfen beim Farmen? Aber das waren Das waren keine Einhalb Stacks Ja, dann mach einen Stack drauf Wir einigen uns auf einen Ja Tief in der Mitte Tief in der Mitte Wir können auch austauschen Mit Du machst einen halben Stack Eisen Draußen Dafür gibt es Zehn Diamanten Zehn vor allen Dingen Ja, gut machen wir zwölf Gut machen wir zwölf Das ist besser Wurde ich echt ernsthaft gebannt von Julian Weil du Dinge zu oft geslayt hast Weil ich ihn verfolgt habe Weil ich Julian ganz ernst Hinterhergelaufen bin Juden dürfen nicht verfolgt werden Mein Freund Oh Mann Der ist so scheiße Aber ich fand ihn lustig Ich weiß Ich weiß Achso Nils Wenn du möchtest Kannst du kommen Und mich Nicht töten Wenn du möchtest Kannst du mich töten Aber ich hab da Für Eisenrüst Ey ja Nils hält sich Für den übelsten PvP-Proben Weiß ihm das Gegenteil Nicht PvP-König Alex Hier habe ich Eine Dinge Hingestellt Und ich habe noch Sticks reingelegt Dann können wir uns Ich habe auch Ein paar Sticks Dann können wir uns Neue machen Oh mein Gott Ich hau mal kurz Hier meinen kompletten Stein rein Oh ich habe noch Ein paar Sticks Alter wie viel Stein du hast Markus Ah und da vorne ist Julian Hey Hau den Stein mal rein Ah Alter Ich sortier das gerade Alter was machst du Boah alter ernsthaft Was machst du Lass mich doch mal machen Wo ist mein Eisen hin Ich habe das Eisen wieder rein Ich habe das in die In den Ofen gemacht Achso Ich bin rich bitch Oh man geil I'm rich bitch Rich bitch Rich bitch Rich bitch Rich bitch Rich bitch Gut Alex Komm wir machen weiter Wir wollen gescheidt Moment ich mache noch eine zweite Kiste Ich bin mal gespannt ob ich mit dem Turm Machen wir glaube ich nicht oder Session fertig Dür Dreck So Nico ich geh da mal runter Du weißt bescheid ne Ja ich weiß bescheid User left your channel Ich bin mal gespannt ob ich mit dem Turm Ich bin mal gespannt ob ich mit dem Turm